Leute, ihr werdet es nicht glauben, es hat diesmal funktioniert. Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen bei Frag die Krischkes im Dreier-Vierer-Pack tatsächlich. Drei Krischkes und ein Debski habe ich heute für euch im Angebot. Alles Kris. Kris, Christine und die beiden Krischkes. Krisch, 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 Krisch. Ich stelle sie euch einmal vor, für alle, die das erste Mal bei uns sind, die sympathische junge Dame am Einzelmonitor ist meine liebe Tochter Diana Krischke, Dr. Diana Krischke, Ausbilderin in unserer Hofreitschule, sag mal einfach selber. Was soll ich denn sagen? Pferdewissenschaftlerin, Punkt. Dann haben wir auf dem anderen Einzelmonitor unseren Pferde-Physiotherapeuten Chris Debski, Partner in unserer Online-Akademie. Auch dir einen schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend. Das da ist mein lieber Mann, Wolfgang Krischke, unser Hofreitmeister. Ist er. Und das da ist meine liebe Frau, unsere Direktorin der fürstlichen Hofreitschule. Schule, 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 Schule. Auf geht's mit einem spannenden Thema. Genau, hat mir ganz viel Freude gemacht, das vorzubereiten. Verpasste Chancen und der holprige Weg nach unvollendeter Grundausbildung. Mal wieder so ein neues Thema und echt facettenreich. Und diese Themen entwickeln sich eigentlich oder entstehen häufig auch durch die WIG-Students, die wir haben. Und witzigerweise, ich weiß gar nicht, wieso das immer so ist, kommt das mal geballt. Dann habe ich zwei oder drei Leute genau an diesem Thema arbeiten. Dann habe ich zwei, drei Leute genau an dem anderen Thema arbeiten. Und das ist immer ganz schön zu übernehmen, weil das sind ja wirklich die Fragen der Praxis, wo viele, viele Leute Probleme haben und die eigentlich, wenn man es gründlich nochmal nacharbeitet, relativ schnell beseitigt sind. Heute fangen wir mal mit der Medi Oleschinski an. Sie fragt uns, gibt es eine bestimmte Reihenfolge, in welcher man einem Pferd, dem Pferd gewisse Übungen beibringen sollte? Oder darf man diese ändern? Und wie war das bei den alten Meistern? Hat zum Beispiel Plüvinel seine Pferde immer in der gleichen Reihenfolge ausgebildet? Und war das die gleiche Reihenfolge wie zum Beispiel später François Robichon de la Guérinière? Naja, erstmal sind zwischen den beiden 150 Jahre oder etwas mehr. Und damit hat sich auch das Militär verändert und die Reitweise verändert. Ja, im Großen und Ganzen muss ich schon sagen, gibt es eine gewisse Reihenfolge, die wir einhalten. Man kann ein bisschen variieren, wenn man was zuerst macht, aber im Großen und Ganzen muss das zeitnah abgefragt und im Grunde etabliert werden beim Pferd. Also solange sie noch frisch am Menschen sind, beziehungsweise frisch am neuen Menschen. Also es ist auch so eine neue Umgebung, ist auch immer eine neue Chance. Du bekommst ein Pferd, das hat vielleicht nicht so gute oder ganz tolle oder was auch immer für Erfahrungen gemacht. Du bekommst es neu in deine Hand, ich muss mal die Kamera ein bisschen so machen, neu in deine Hand und plötzlich hast du neue Würfel in der Hand und kannst alle Weichen nochmal neu stellen. Kannst sogar an der Grundausbildung nochmal neu anfangen. Ja, gehen wir jetzt mal von dem Idealfall aus. Ich habe ein hohes Pferd, da gibt es auch unterschiedliche Temperamente. Die einen haben ganz viel Feuer, die anderen sind eher phlegmatisch. Manche sind ein bisschen einfacher gestrickt, andere haben ständig gute Ideen. Das ist ja wie bei uns Menschen auch. Nichtsdestotrotz halte ich da ziemlich strikt die Reihenfolge der Aufgaben ein. Wenn ich ein neues Pferd bekomme, das schon Erfahrungen hat, vielleicht auch schlechte Erfahrungen hat, ist es meistens nicht ganz schlecht, nochmal ganz zurückzugehen und nochmal bei A anzufangen. Vielleicht oder meistens sogar auch mit dem Wechsel von Equipment, dass wir einfach nochmal sagen, okay, neue Besen, Kerngut, alles was da passiert ist in diesem Leben dieses Pferdes, wird es mit den gleichen Mitteln wahrscheinlich nicht, vergessen tut es sowieso nicht, nicht ablegen, sondern man muss dann häufig auch das Equipment ändern und sagen, komm, wir fangen nochmal neu an, Reset und es geht nochmal los. Also grundsätzlich geht es ja eigentlich darum, eine gemeinsame Sprache zunächst zu etablieren und die gemeinsame Sprache muss man halt für jeden Menschen und für jedes Tier nochmal anfangen und ich glaube tatsächlich, dass in der Reihenfolge, dass man sagt, ich bringe dir das auf deine Art und Weise, wie es dir am leichtesten fällt, bei, also sprich, schon am Halfter führen, aus der Box rausführen kann, das Pferd ja schon meine Sprache lernen. Das Pferd kann schon ein bisschen stricter und der macht eher ein bisschen Larifader, also solche Sachen, die checkt das Pferd ja schon in den ersten Minuten, wenn ich mit ihm umgehe und da kann ich ja schon Sachen etablieren, da kann ich ja schon sagen, okay, die ist sehr wahrhaftig, ich gehe mit der mit, weil die strahlt Sicherheit aus oder das Pferd sagt, oh, hier muss ich mal ein Part übernehmen oder so und entsprechend würde ich dann anfangen, an der Kommunikation als allererstes zu arbeiten, also sprich, wenn ich losgehe, kommst du mit mir mit, freiwillig oder muss ich dich ziehen oder muss ich dich bremsen oder wo sind wir überhaupt miteinander? Da fängt bei mir das schon an, also es geht gar nicht so sehr um eine bestimmte Lektionsziel, rechts am Zügel, dann passiert dies oder so, sondern zu sagen, wo stehen wir eigentlich miteinander, wie können wir kommunizieren, wie kann ich mit dir eine gemeinsame Basis finden, wo wir dein Gleichgewicht besser finden können, lässt du dir helfen, wie lässt du dir am einfachsten helfen, wo kann ich welche Hilfe etablieren, so dass es eine Hilfe ist, wo störe ich dich eher, wo nervt es dich? Ich lasse dann auch die Fehler gerne passieren, damit eben diese Reihenfolge deutlich wird, also was fehlt denn, wo genau hakt es denn? Also hakt es schon in, ich renne dich über den Haufen, wenn ich Bock dazu habe oder hakt es erst viel später, ich habe Angst vor der Gerte oder was weiß ich, also tatsächlich ist für mich diese Kommunikation und dieses Abfragen, wo stehen wir jeden Tag, ist nicht nur in der Ausbildung am Anfang, sondern es ist jeden Tag wieder das Wichtige. Ja, ich würde da auch gerne nochmal was ergänzen, weil in meiner Arbeit kommt da natürlich noch was dazu, dass ich gucke, was geht denn überhaupt? Also nicht im Sinne von, was kann ich abfragen, was hat das Pferd gelernt, sondern wozu ist es überhaupt physiologisch in der Lage? Also kann sich das Pferd überhaupt reell nach links stellen, kann es sich nach rechts stellen, kann es sich nach beiden Seiten gleichstellen? Und da fange ich meistens schon an und habe schon die ersten Themen. Bevor ich das Pferd überhaupt bewegen lasse, fasse ich es kurz an, dann gibt es hier vielleicht einen schmerzhaften Reiz, dann gibt es da vielleicht einen Triggerpunkt, dann sind die Schultern vielleicht fest. Und meine Aufgabe ist dann, das Pferd erst einmal in die Lage zu versetzen, richtige Bewegung abrufen zu können. Und da kommt dann der zweite Part, den du gerade gesagt hast, okay, dann frage ich einfach mal so grundsätzliche Dinge dann ab und gucke mir alles erst einmal an und merke dann, wie ist es vielleicht auch zu diesen Problemen, die das Pferd hat, gekommen? Ist der Zügel überhaupt richtig verstanden, sowohl bei Reiter als auch bei Pferd? Das heißt also, wird eine Stellung dann wirklich so gegeben, wie wir uns das vorstellen? Oder wird am inneren Zügel einfach gezogen und das Pferd rennt in diese Richtung oder läuft in diese Richtung? Findet es überhaupt ins richtige Tempo? Kann es überhaupt einen Fuß vor den anderen setzen? Oder hat es eine dermaßen Schiefe vielleicht auch, wo man vermutet, okay, das hat das Pferd vielleicht schon sehr lange, vielleicht sogar von Geburt an extreme Schiefe drin, vielleicht auch Gebäude, Auffälligkeiten, ich nenne es ja Chancen, nicht Probleme, wo man dann sagen muss, okay, auf die müssen wir eingehen und hat der Besitzer, die Besitzerin überhaupt ein Auge dafür? Weiß es um die Dinge, die das Pferd vielleicht so mit sich bringt? Und nochmal zurück zu den alten Meistern, die haben natürlich eine grundsätzliche Reihenfolge gehabt, sodass sie gesagt haben, sie haben das Pferd erst in eine Position gebracht, mit dem Reiter, also wenn sie das Pferd an das Reitergewicht gewöhnt hatten, den Reiter da drauf gesetzt haben, haben sie es in eine Position gebracht, wo es vernünftig gehen konnte, dann haben sie es gebogen, wahrscheinlich zum Testen zu gucken, aha, da hakt es noch, da kann das Pferd das Gleichgewicht nicht halten, haben es gebisslos meistens am Anfang in Stellung und Biegung gebracht, sie haben es auf Wolken geritten, auf kleinen Kringeln, sie haben es auch mal geradeaus geritten, auch wahrscheinlich, also ich gehe davon aus, dass sie damit ganz viele Sachen abgefragt haben und getestet haben, was geht, also die hatten ihre Reihenfolgen und die haben sich auch tatsächlich ja gar nicht so wahnsinnig weit verändert über die Jahrhunderte, nur dass es dann eben mal schneller, mal langsamer gehen musste, also später dann immer schneller gehen musste für weniger ausgebildete Reiter und so, aber tatsächlich, ich glaube, wenn man dann an Lektionen gehen will, dann brauchen alle eine Kommunikation, ein Gleichgewicht, ein Pferd, was sich in alle Richtungen ähnlich biegen stellen kann, ohne dass es umfällt, ohne dass es Gleichgewicht verliert, also ich glaube, da gehen einfach alle konform, oder? Wie seht ihr das? Ich lege da nochmal einen kleinen Abschlusssatz drunter, worin sie sich alle geähnelt haben, waren, dass sie auf Kreisen gearbeitet haben. Die einen haben am Pilaren gearbeitet, manche haben auf einem gepflückten Acker in einer Spur gearbeitet, ganz bewusst, aber sie haben auf Kreisen gearbeitet und sie hatten auch ihren Ablaufplan, sagen wir mal so. Lassen Sie sich jetzt nicht an der ersten Frage so lange festfressen, sonst kommen wir gar nicht durch. Aber ja, sie hatten einen Plan und da unterscheiden sich auch die alten Meister nicht von den modernen Meistern. Jeder, der, wenn wir sie Meister nennen, dann sind das Leute, die wissen, was sie tun und die haben einen Plan. Und das ist das Wichtigste. Wir reiten die auf einem Nasband und dann hängen sie die Kandache schon rechtzeitig ein. Wie auch immer. Damit das Pferd sich dran gewöhnt und das ist über Jahrhunderte gleichgeblieben. Ja. Zum einen. Das nächste ist die Frage von der Katrin. Was waren die größten Fehler in der Grundausbildung, welche ein alter Meister mal gemacht hat? Wurden früher Fehler korrigiert oder wurden die Pferde einfach ausgemustert für den Wagen? Also, liebe Katrin, das hat natürlich keiner zugegeben. Damals haben die alten Meister diese Bücher nicht geschrieben als Tagebuch oder sowas, sondern als Demonstration ihres Könnens und zur Würdigung und Ehrung dessen, der es bezahlt hat. Und da haben sie natürlich nicht gesagt, ich muss jetzt ein Pferd... Ja, wir wollen weiter. Ich habe eine Idee dazu. Du bist schon gekommen. Eine, also Sie haben beschrieben, wie Sie verdorbene Pferde korrigieren. Der Plüvinell hat ja so einen Berber aus Nordafrika gekriegt, den Boniten. Und der war so empfindlich im Maulhunde, war so ein wildes Tier. Und den hat er also so toll korrigiert, so richtig gesagt, wie er es gemacht hat, hat er auch nicht, dass er den dann mit einem Seidenfaden als Kinnkette reiten konnte. Ich frage mich, ob das wirklich milder ist als eine breite Metallkinnkette, aber mir soll diese Frage nicht erlaubt sein. Mir fallen dazu zwei Dinge ein. Das eine ist, dass die Meister selber nicht unbedingt darüber geschrieben haben, dass das nicht gut war, mit diesem Pferd das so zu machen oder mit dem Pferd das so zu machen. Das haben dann die anderen geschrieben, meist aus einem anderen Land, nämlich die Konkurrenz, dass diese Methode vielleicht nicht die beste ist oder verwerflich ist oder wie auch immer sie darüber geschrieben haben. Und das Zweite ist, sie schreiben dann schon mal zum Beispiel über das Nasband, ich glaube, Galiberti hat das geschrieben, dass er vorsichtig ist, den Reitschülern ein Carveson in die Hand zu geben, dass er sagt, häufig ist der Fehler, dass die Leute mit dem Carveson versuchen, das Pferd, das war Gerenier, mit dem Carveson das Pferd zu erziehen, das, was ein Gebiss macht, das kann das Carveson selbstverständlich nicht leisten und deshalb ist es auch nicht unbedingt vielleicht das richtige Instrument in der Hand eines Anfängers. Aber da haben sie schon gesagt, Vorsicht mit dem Ding, musst du aufpassen und Gerenier ist dann ja auch derjenige gewesen, der gesagt hat, okay, ich erfinde die Unterlegtrense. Eben aus dem Grunde. Ja, ich würde ganz gerne noch ergänzen, also das, was du gerade gesagt hast bei den alten Meistern, also die haben, manche haben natürlich drüber geschrieben, welche Fehler andere gemacht haben. Einer sticht da ganz besonders hervor, der gute Cavendish, Newcastle, der hat quasi ein ganzes Buch darüber geschrieben, welche Fehler die anderen alle machen und was er besser macht. Also wenn man da so reinschauen möchte, welche Fehler andere zu dieser Zeit alle gemacht haben, sehr gute Empfehlung. Wenn man sich einmal reingelesen hat, recht unterhaltsam. Und ja, es klingt dann ein bisschen breitbrustig, was er dann so von sich dann sagt, weil er natürlich die beste Methode aller hat. Und drauf gesetzt hat dann, glaube ich, Boschee nochmal einen, weil nur er hat die richtige Methode gehabt. Aber schon wie du richtig gesagt hast, die sind natürlich dafür bezahlt worden, das Richtige zu schreiben. Und ich glaube also, der Geldgeber hätte ein bisschen blöd geguckt beziehungsweise gleich den Geldhahn abgedreht, wenn die reingeschrieben hätten, was man alles falsch machen kann. Das ist sicherlich nicht so hilfreich. Auf der anderen Seite sehen wir auch am Equipment, dass sie sehr viel korrigiert haben. Also für hartmäulige Pferde, die stumpf gemacht wurden. Also sie schreiben immer, das wäre nicht notwendig gewesen, dieses Gebiss zu benutzen, wenn das Pferd gleich richtig ausgebildet worden wäre. Also solche Sachen sieht man schon sehr häufig. Und man sieht auch sehr häufig, wenn das Pferd Angst vor der Gerte hat, was ja nicht von ungefähr kommt und so weiter und so fort. Also sie beschreiben schon sehr viele Korrekturmaßnahmen bis hin ins 19. Jahrhundert, auch ins 20. Jahrhundert, wo sie mit den krassesten Prügelattacken irgendwelche Pferde kurieren, die schon leider versaut waren. Also die Korrekturen gibt es in all diesen Büchern, glaube ich. Okay, als nächstes möchte ich Katja Neumann zu Wort kommen lassen. Sie fragt uns, welche Fehler in der Grundausbildung begegnen euch häufig? Und wie wirken sich diese in der weiteren Ausbildung der Pferde aus? Dachte ich, machen wir mal so ein Best-of. Was fehlt am häufigsten in der Grundausbildung? Dass der häufigste Fehler ist, den Pferden nicht beigebracht haben, stille zu stehen. Also das Stop and Go. Ja, es spielt keine Rolle. Ob das Stop and Go ist oder ob das beim Abladen vom Anhänger ist oder wo auch immer, Pferd steht stille. Und Pferde, die das nicht gelernt haben, das in den ruhigen Situationen nicht mal drauf haben, was wollt ihr denn dann machen, wenn die Pferde gerade mal gar nicht so richtig bei sich sind, weil sie Angst vor irgendeiner Situation kriegen, weil es fremd ist, was sie tun müssen und so weiter. Das ist der schlimmste Fehler für mich. Denn wenn ein Pferd nicht stille steht und ihr streichelt das, um es zu beruhigen, wie kommt das beim Pferd an? Naja, Lob fürs Zappeln. Eben, das ist der schlimmste und der häufigste Fehler. Und wenn ein Pferd das stille Stehen beigebracht bekommen hat, dann wird es auch mitgehen. Das ist nämlich das Problem bei all diesen Fehlern, eine gute Frage übrigens, bei all diesen Fehlern, die entstanden sind in der Grundausbildung, das hat immer eine Folge. Das ist nicht, dass das gerade fehlt, das ist ja nicht so schlimm. Aber das hat eine Folge. Wenn das nicht funktioniert, funktioniert das und das und das wieder nicht. Du hast ein Pferd, das nicht stille stehen kann, dem hast du vielleicht, oder nicht du, aber irgendeinen Trainer, den du an dein Pferd gelassen hast, weil der hat gesagt, da muss er jetzt mal ran. Er muss jetzt mal das Piavieren lernen, dieses Wochenende. Unsere Pferde brauchen ein Vierteljahr für, aber manche machen das halt am Wochenende. Und dann hast du ein Pferd, das kannst du nicht mehr abstellen. Es kommt in eine fremde Situation, es fühlt sich nicht wohl, es Piaviert. Es Piaviert, es Piaviert, es Piaviert, es Piaviert. Schon oft genug auf Auswärtskursen gehabt, Pferde, die wir neu kennengelernt haben, du hast keinen Abstellschalter. Die Leute möchten, buchen den Kurs, um an Piav und Maizere zu arbeiten. Und merken gar nicht, wie wir üben mit denen, stillstehen. Das ist tatsächlich schon mal vorgekommen. Schon häufig, dann kommen die Leute halt auch nicht wieder, aber gut, ist ja egal, haben sie es nicht verstanden, worum es geht. Nur, wenn ich in diese hohen Sphären reingehen will, daraus besteht, ich sage es wieder heute, nicht die Reitkunst, das ist ein Part der Reitkunst, den man erreichen kann, aber wenn man dahin will, braucht man eine fundierte Grundausbildung. Das nächste ist natürlich, wenn wir jetzt sagen, was ist der nächste Punkt, ist absolut korrektes Führen, dass das Pferd sich führen lässt und einen nicht umrennt. Auch in Situationen, wo das Pferd Stress kriegt, einen nicht in den Rücken springt, einen umrennt, einen in die Hacken tritt, auf die Füße tritt. Ganz wichtiger Aspekt, manche sagen, es ist halt passiert. Das passiert nicht so. Das Pferd macht es absichtlich oder nimmt es billigend in Kauf? Nimmt es billigend in Kauf. Ganz tolles Beispiel immer, die Stute hat gefohlt, das Fohlen liegt im Stroh, die Füßchen sind im Stroh, die sind nicht sichtbar. Es ist doch dunkel in der Box. Habt ihr schon mal gehört, dass ein Fohlen ein Bein gebrochen hat, weil die Stute draufgetreten hat? Nee. Das gibt es nicht. Das war eine sehr duselige Stute. Ich würde gerne was ergänzen da an der Stelle, weil ich finde das ganz wichtig. Ich glaube, heutzutage wird viel zu viel ja eigentlich in Bewegung gedacht. Es wird relativ viel über dieses falsch verstandene Vorwärts gearbeitet, also über Tempo in Lektionen rein. Und wir haben es ja auch schon öfter gesagt, Basis im Sattel fangen wir ja tatsächlich mit dem Aufsteigen an und mit dem Stillstehen. Und da sind ganz oft die Probleme. Ich sehe ganz viele Leute, die irgendwo in einer Reithalle todesmutig auf ihr Pferd kommen, indirekt schon quasi aufspringen und dann irgendwas noch machen. Dann wird auf einmal das Handy rausgekramt oder was auch immer, aber Stillstehen hat nicht funktioniert. Und so diese ganz kleinen Grundbausteine für Kommunikation, die fehlen bei vielen Leuten, obwohl sie sehr, sehr weit zum Teil dann sind. Das heißt also, viel ist übersprungen worden. Vielleicht hat auch jemand die Grundausbildung übernommen und dann kommt das Pferdchen irgendwo aus Spanien. Das kann rennen, das kann irgendwas in der Art von Galopp machen, das kann vielleicht irgendwas in der Art von Piaffe machen, das kann irgendwas in der Art von Passage machen, das kann irgendwas in der Art von Pirouette machen, nichts davon wirklich komplett auf Grundbausteine, sondern irgendwie rein. Und was man sehr oft sieht ist, die Leute kommen in eine Art von Lektion rein, aber nicht wieder raus. Ja. Also die kommen in eine Art von Schulter herein, irgendwas Krummes und dann geht es über 20 Meter und wir versuchen die das irgendwie zu halten, wieder reinzukommen, wieder reinzukommen, machen sich aber gar keine Gedanken darüber raus, dass aus dem Rein auch wieder, da gehört auch wieder ein Raus dazu. Und so ist das ein Aneinander rein. Man hat eine Idee davon, was da mit dem Pferd passieren soll, aber der Sinn von den Lektionen, wo es hinführen soll und so weiter, da herrscht, glaube ich, großes Unverständnis, gerade auch bei denen, die die Pferde fertig machen. Guter Prüfstein ist übrigens, gerade wo du sagst, mit dem Aufsteigen, wenn die Pferde, wenn der Reiter praktisch in der Bewegung aufsteigen muss. Manche werden ja richtig flott, die Spanier können das richtig gut, Fuß im Bügel, Pferd rennt los und die nehmen den Schwung, wie beim Voltigieren, um aufzusteigen. Ein guter Prüfstein ist immer, wenn ihr mit eurer Arbeit, nicht mit der Lektion, wenn er mit eurer Arbeit fertig ist, ob der Hals noch trocken ist oder ob das Pferd feucht ist. Wie du sagtest, die können ein bisschen piafieren, die können ein bisschen passagieren, die können alles so ein bisschen, das machen sie aber aus Stress. Das machen sie nicht, weil sie körperlich befähigt wurden und weil der Geist mitgenommen wurde auf der ganzen Reise, sondern das machen sie, weil man ihnen irgendwelche Bewegungen reingebracht hat mit irgendwelchen Hilfsmitteln. Ich will das gar nicht ausführen, aber wenn das Pferd nach dem Reiten, wenn wir von Reitkunst sprechen, wenn das Pferd feucht ist, dann hat es Stress gehabt. Es ist selten körperliche Anstrengung, sehr selten. Es ist fast immer Stress, dass Pferde nass aus der Bahn gehen. Darf ich noch mal früher einsteigen? Also ich glaube tatsächlich, die Pferde können in einem solchen Fall Brocken einer Sprache, die kriegen einzelne Wörter gesagt. So, das ist das und wenn das kommt, dann machst du das. Aber die haben keine Idee von der Sprache, die haben keine Idee von den Nuancen, die da drin sind, die haben keine Idee von der Beziehung zu demjenigen, der ihnen die Wörter sagt. Also ich glaube, ich würde viel früher, ich würde beim Führen ansetzen, wenn da die Basis nicht stimmt, dann brauchen wir nicht loslegen. Ganz ehrlich, also wenn das Pferd nicht versteht, wie ich denke, wie ich fühle, wie ich agiere, mich nicht versteht und also im Endeffekt, die Pferde verstehen uns meistens, meistens verstehen wir die Pferde nicht. Aber wenn das Pferd erst mal gar keine Idee dazu hat, was meint die denn damit, wenn die da so stehen bleibt, soll ich dann laufen oder soll ich dann stehen bleiben? Kann ja auch sein, dass ich da stehe und so erwartungsvoll, dass das Pferd sagt, oh, so in die Luft springt, was soll ich denn machen? Statt wenn ich dann sage, nee, komm mal runter, wir stehen jetzt hier einfach. Also ich würde bei der Sprache schon ansetzen. Ich würde sagen, haben wir eine Beziehung miteinander? Darf ich dir überhaupt irgendwas sagen? Kannst du verstehen, was ich dir sage oder sprülle ich dich auf Chinesisch an? Wo stehen wir denn gerade? Und dann daraus, aus dieser Kommunikation, was zu entwickeln, ist meistens relativ einfach, wenn das Pferd merkt, oh, sie wird gerade ruhig, dann werde ich auch ruhig, oh, sie macht gerade ein bisschen Druck, dann soll ich wohl irgendwas machen, sie soll loslaufen, soll irgendwas tun, dass ich da schon loslege. Also es geht gar nicht so sehr um Hoppeln an der Stelle, sondern tatsächlich um, sie meint, was sie sagt, sie will wirklich helfen, also Hilfen sollen helfen, das Mantra, was ich den ganzen Tag bete, lässt das Pferd sich helfen, wo sind wir denn gerade? Wenn wir in dieser Kommunikation sprechen, dann brauchen wir nicht darüber reden, dass der einen Piaf-Ansatz kann, sondern erst mal sagen, stille stehen hat auch damit zu tun, dass ich meinem Pferd vermitteln kann, warum es stille stehen soll. Und dass ich nicht erwarte, dass es in die Luft springt oder so, sondern ich muss mich mit meiner Kommunikation dazu bringen, dem Pferd das klar zu machen. In meiner Wahrnehmung, es setzt genau da an, wo Diana es sagt, und diese Aspekte, die ihr genannt habt, sind alle sehr häufig. Was mir als erstes in den Sinn schoss, als ich Katjas Frage gelesen habe, war, was die Menschen so mit ihren Händen machen. Welche Fehler in der Grundausbildung begegnen euch häufig, dass Pferde überhaupt keine Ahnung davon haben, was mit ihnen geschieht, mit dem Zügel, dass sie sagen, Menschen können nicht denken. Menschen rödeln da an mir rum. Also wie häufig sehe ich jemanden, der redet mit mir, der steht neben seinem Pferd und macht immer ruck, 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 ruck. Beschäftigt das Pferd im Maul mit einem Zügel ohne Sinn und Verstand. Also da gibt es keinen Haltkommando, da gibt es kein Vertrauen, da gibt es kein Lockerlassen, da gibt es irgendwie sowas, was man mit dem Fahrrad macht, dass man es immer festhalten muss, damit es nicht umfällt. Beschäftigen ist ja auch sehr nett gesagt, er haut dem Pferd Schmerzen ins Maul. Das sind Schmerzen, am Zügel rumrotten sind Schmerzen, Punkt. Ja. Nicht beschäftigen, sondern ihm wehtun. Also permanent an Schienbein treten ist das. Ja. Du wolltest noch? Ich will nicht mehr. Jetzt bist du durch. Nadine Hai stellt uns die nächste Frage. Das ist das Thema, da kriegen wir wahrscheinlich drei Arme vor. Ja, ja, ich liebe es. Also ich wusste, das wird ganz, ganz heiß. Nadine Hai, könnt ihr bitte verraten, wie eure Abläufe in der Grundausbildung sind? Womit beginnt ihr? Wie ist der Verlauf, die Reihenfolge und womit ist die Grundausbildung dann beendet? Und Doris Kern, sehr ähnlich. Was gehört für euch zur korrekten Grundausbildung? Was ist unverzichtbar? Ich denke, alle Hilfen sollten erklärt sein und das Pferd zuerst gelernt haben, sich auf den Menschen zu konzentrieren und ihm zu vertrauen. Also, jetzt wir. Was sind unsere Grundbausteine? Bei mir ist das vollkommen egal, ob ich ein rohes Pferd kriege oder ein Pferd, das schon was kann. Fast immer ist es so, dass die Pferde sich in meinem Sinne nicht korrekt führen lassen, was wir eben gesagt haben. Dazu gehört, dass das Pferd zunächst erstmal die imaginären 50 Zentimeter einbehält, 50 Zentimeter Abstand von mir und zwar nach hinten. Die Augen überholen mich nicht, das Pferd bleibt hinter mir und seine Augen kommen nicht über meinen Kopf. Denn damit mache ich klar, ich bin die Führungsperson, ich kann dich führen, ich bin gut zu dir, ich führe dich nicht in Situationen, die du nicht bewältigen kannst, ich werde dich nicht enttäuschen, aber du hörst mir zu. Und das ist, ich sage mal, bei 80 bis 90 Prozent der Pferden ist das der Fall, dass ich denen ein korrektes Führen beibringen muss. Bei einem jungen Pferd ist es vielleicht ein bisschen aufwendiger, bei einem erfahrenen Pferd, das schon gelernt hat zu lernen, ist es manchmal abgetan innerhalb von einer Viertelstunde oder zehn Minuten ist das erledigt. Wenn man das dann den nächsten Tag und den übernächsten Tag nochmal korrekt abfragt, haben die es verstanden, dann ist es auch ganz einfach. Beim jungen Pferd, das ist ja noch unerfahren, das hat noch nicht gelernt zu lernen, das braucht dann länger. So, was kommt nach dem Führen? Natürlich gleichzeitig zum Führen kommt dieses Stille stehen, was wir eben gesagt haben, abwarten. Wenn es das gelernt hat, lernt es an der Longe anzutreten, und wir longieren nicht lange, aber ein paar Tage oder Wochen wird es schon gemacht, bis das Pferd... Nicht über einen längeren Zeitraum hinweg. Nicht über einen längeren Zeitraum hinweg. Und auch nicht lange. Nein, auch nicht lange. Also wenn wir fünf bis zehn Minuten longieren, dann ist das eigentlich nur dafür da, um den Führer... Nicht ausgebunden. Auf keinen Fall ausgebunden. Fast immer auf den Kappzaun. Dem Pferd beizubringen, Schritt, Trab und vielleicht später auch Galopp, frei auf dem Zirkel im raunen Pen, und damit es diese Stimmkommandos kennenlernt. Und vor allen Dingen aus der Bewegung anhalten, warten und dann auf meine Körperbewegung entweder wieder antreten oder wenden, wie auch immer, dass das Pferd lernt zuzugucken, die Körpersprache des Menschen kennenzulernen und die stimmliche Sprache kennenzulernen. Und dann geht das eben los, schon recht bald, die Zügel kennenlernen, dass die Zügel mit dem Pferd kommunizieren, das Gebiss, oder auf der Nase, wie auch immer, welchen Weg man gehen will. Auf jeden Fall das Instrument, was wir an den Kopf gebunden haben, dem Pferd erklären, wie funktioniert das Ganze. Und das sind die Zügel, ich sage nur, die Zügel sind im Grunde das Mikrofon zum Pferd. Wenn wir dem Pferd die Zügel gut erklären, dann kann das Pferd uns gut zuhören. Wenn wir dem Pferd die Zügel nicht gut erklären, ganz egal, was am Kopf ist, ob das gebisslos oder mit Gebiss ist, das spielt gar keine Rolle. Wenn wir die Zügel gut erklären, dann wird das Pferd mit uns kommunizieren und es wird auch ruhig bleiben und verstehen, dass wir ihm was sagen wollen. Wenn wir uns diese Zeit nicht lassen, das kann in zwei, drei Tagen passieren, bei manchen Pferden oder je nachdem, wie gut der Trainer natürlich ist. Wenn jemand noch nicht viele Pferde ausgebildet hat, wird er ein paar Tage länger brauchen oder vielleicht eine Woche oder zwei. Aber ihr müsst euch so viel Zeit dafür lassen, dass ihr merkt, das Pferd hat es wirklich verstanden. Wenn das nicht ist, dann habt ihr den ersten größten Patzer etabliert. Und dann wird es schwierig. Dann läuft ein Patzer nach dem anderen immer weiter. Stellt euch vor, ihr habt so Zahnräder, die ineinander laufen. Da bricht ein Zahn ab. Dann fängt das Ganze an, holprig zu werden. Wenn der erste Zahn abgebrochen ist, bricht am anderen Zahnrad auch ein Zahn ab. Definitiv. Und dann brechen Zähne hier ab und Zähne da ab. Das Ganze gehört zum Chaos und irgendwann bleibt die Maschine stehen. Man müsste euch auch vor Augen führen, dass in der Grundausbildung eines Pferdes lernt das Pferd, Dinge zu erdulden. Nämlich einen Sattelgurt und ein Zaumzeug. Also stillzuhalten, wenn wir Dinge tun, Rufe geben. Und wir wünschen aber andererseits auf unsere Hilfestellung, dass das Pferd Initiative zeigt und reagiert. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns auch deutlich verhalten, dass das Pferd lernen kann, wie dieses andere Lebewesen funktioniert und wie es den Anforderungen gerecht werden kann und sich ein Lob abholen kann. Das ist nicht, also wenn es um Duldung geht und ich tue dem Pferd weh und es lernt zu dulden, indem ich Schmerzen hinzufüge, gerät es ganz schnell in erlernte Hilflosigkeit. Wenn ich mir eine Reaktion erbitte und dem Pferd dabei wehtue, ist zum Beispiel beim Longieren mit der Peitsche haue, was weh tut, werde ich immer ein Pferd haben, das Angst vor mir bekommt. Ich muss mich also sehr vorsehen, dass ich das Verhalten des Pferdes nicht zu sehr mit Strafe hemme, aber trotzdem strikt genug bin, um meinen Willen zu unterstützen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und das ist genau das, was ich will. Ich will also nicht den rosa Elefanten, sondern die grüne Maus. Aber lernt das Pferd da nicht einfach den Menschen zu vertrauen? Also das ist jetzt ein bisschen eine Floskel, aber der Mensch muss verlässlich sein für diese Grundausbildung. Der darf nicht einmal hauen und einmal nicht und der darf nicht einmal ziehen und einmal nicht. Oder das Pferd aus dem Gleichgewicht bringen, dafür dann bestrafen, weil es dann über die Schulter ausgebrochen ist, weil es, oh Gott, mit dem Kopf nach da gar nicht um die Kurve kommt. Also ich glaube, dieses Verlässlichsein, das ist eigentlich das Schönste in der Grundausbildung, dass das Pferd merkt, ah, wenn der Mensch da was macht, dann warte ich kurz, denke drüber nach und löse es und der Mensch wird mir schon sagen, ob es passt oder nicht passt oder ob man zusammen Probleme lösen kann. Also wie zum Beispiel so ein Gleichgewichtsding. Also jedes junge Pferd läuft ja seiner Schulter nach, nicht seinem Kopf, logischerweise. Also ein Pferd stellt in der Natur, wenn es um eine Ecke läuft, den Kopf als Balancierstange nach außen und schiebt über die innere Schulter. Und ich sage jetzt was ganz anderes beim Longieren. Ich sage mal, mit, der Schulter mit dem Kopf mit und ich muss dem Pferd ja eine Lösung bieten können. Und wenn ich das kann, dann bin ich der große Held. Dann merkt das Pferd, ach, guck mal, mit der zusammen geht das viel einfacher als ohne. Und ich glaube, diese Verlässlichkeit ist für mich A und O der Grundausbildung. Das ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Ich möchte nur für die Zuhörer, die das nicht, vielleicht noch nicht so ganz weit im Reiten drin sind, die könnten jetzt ja sagen, oh, wenn das Pferd in die Kurve laufen, nach links, immer den Kopf nach außen nimmt, warum reite ich mein Pferd nicht so? Lass doch den Kopf raus. Ja? Das Problem ist doch, das Gleichgewicht ist völlig anders. Land auf, land ab, dass es so ist. Aber die Pferde werden leider dann nicht alt. Die nehmen körperlichen Schaden. Wir müssen die Pferde auf das Reiten vorbereiten. Sie müssen sich leider unter dem Reiter anders bewegen, als sie es von Natur aus machen. Wir waren ja sowieso auch bei dem Thema Fehler und Grundausbildung, Abläufe. Ich glaube, etwas, was so ein bisschen gerade auch mitschwangen bei dem, was Diana gesagt hat. Der Faktor Zeit ist das, was der größte Fehler eigentlich meistens gemacht wird. Es geht zu schnell und zu früh. Viele Pferde werden viel zu früh zu sehr belastet. Es geht gar nicht mal darum, dass jetzt ein Pferd, sagen wir mal, mit drei oder dreieinhalb nicht irgendeine Form von Kommunikation schon lernen darf oder nicht auch schon irgendwie die ersten Schritte mal an der Hand und so weiter machen darf, sondern das Maß der Belastung ist einfach viel zu groß. Das wird schon angeritten. Das wird schon relativ lange geritten. Es wird schon in gewisse Formen gebracht. Es wird schon irgendwo vielleicht auch vorgeführt etc. Und die Belastung ist einfach zu groß. Egal wie gut die Kommunikation da ist, egal wie, ich sage mal, pädagogisch man da rangeht, ist die Belastung oft zu groß für den Körper. Das heißt also, das, was wir da dem Körper zumuten, ist meistens so schlecht, zu viel, dass der Körper Maßnahmen ansetzt, zu sagen, okay, die Belastung ist zu groß. Erstens, Wachstumsfugen sind noch nicht geschlossen. Daraus entstehen Problematiken. Vielleicht entstehen Arthrosen, Kissing Spines und so weiter, Sehnenprobleme. Hufrolle war ein Thema gewesen auch beim letzten Workshop, weil Pferde dann auch zu sehr auf den Schultern belastet werden, zu sehr auf die Vorhand gebracht werden, vielleicht sogar von Natur aus sogar schon so gebaut sind. Und da sind viele Dinge, die sich nicht mehr so gut korrigieren lassen später. Weil wenn das einmal geschädigt ist, die Problematik, das sind meistens Langzeitschäden, die entstehen. Die haben da ihren Grundstein. Und auf einmal, achtjährig, neunjährig, zehnjährig, habe ich von heute auf morgen ein Problem und frage mich, hat er sich gestern vertreten? War irgendwas auf der Weide gewesen? Nee, der ist zu viel belastet worden. Das Pferde leiden still und sie werden eigentlich erst deutlich und laut, wenn es zu spät ist. Das ist das große Problem. Ein Hund sagt viel früher Bescheid. Ein Pferd sagt nicht Bescheid. Wenn es schlau genug ist, dann macht es irgendwelchen Unsinn. Dann macht es irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten, die uns Menschen nicht gefallen. Schnappt nach dem Sattelgurt oder fällt in der Kurve einfach um und zertrummert uns das Knie oder den Oberschenkel. Schade. Dann hat es schon Bescheid gesagt. Aber das hören wir ja auch nicht so gern. Und wenn es dann so Bescheid sagt, gehen wir mal eben zu einem Trainer. Der sagt dem Pferd mal Bescheid. Genau. Dann hat sich das erledigt. Du hast die Befälligkeit still zu leiden. Genau. Oder du benutzt halt Hilfszügel, um die Schwäche zu kompensieren oder das mangelnde Gleichgewicht oder sonstiges. Das Puppeln und das Steigen gewöhne ich dir schon ab. Nadine Haider darf uns die nächste Frage stellen. Ab welchem Alter startet ihr mit der Grundausbildung bei den Pferden? Wenn wir tatsächlich Jungpferde zu uns bekommen, beginnen wir im Alter von vier mit der Grunderziehung, also mit dem Führen üben, in alle Situationen üben, Satteln üben, Zäumen üben, Aufsteigen üben, Führen mit aufgestiegenem Reiter üben und Wolken reiten. Und anhalten. Ja, also... Und still stehen. Gut. Meistens, also wenn wir aus deutschen Landen ein Pferd bekommen, also das hier geboren ist, spielt ganz egal welche Rasse, ist ja eine gewisse Grundausbildung schon da. Ein Fohlen wird ans Halfter genommen, das muss mal verladen werden. Es gibt die Füße, der Schmied war da ja schon dran. Und so lässt sich auch anbinden meistens. Also wir kriegen ja nicht unbedingt Pferde, die jetzt irgendwo drei Jahre lang in der Pampa rumgelaufen sind, deren Füße auch nicht gemacht werden mussten, weil sie sich selber gut ablaufen konnten. Das ist ja in unserem Land selten so. Man bekommt eher Jungpferde, die schon in einer gewissen Art und Weise ein bisschen verdorben sind. Weil man schon zu viel gemacht hat und das kleine Pferd ist ja noch so jung. Lass es doch noch. Und man nimmt diese kleinen Ungereimtheiten hin und aus dem kleinen Fohlen wird irgendwann ein junger Hengst, wenn er noch Hengst bleiben durfte. Und der kommt auf seine eigenen Ideen. Und da ist dann eben diese Grundausbildung. Aber wie Christine sagt, vierjährig, so im Allgemeinen, wenn wir mal einen kleinen Rotzlöffel haben, der so wie bei uns wachsen ja auch manchmal Hengste auf und wir merken, der wird mit drei schon ein bisschen lustig, weil er vielleicht auch schon Chef in seiner kleinen Gruppe ist, dann kann das sein, dass er auch mal mit drei schon mal ein bisschen eine Grundausbildung bekommt. Aber wir hören dann auch auf und der geht dann weiter wieder auf die Koppel und wir warten noch ein Dreivierteljahr. Das ist dann einfach nur für die eigene Sicherheit, wo wir sagen, okay, beim Führen, beim Stillestehen muss man dem schon mal sagen, wie es geht, damit er später, wenn er stärker wird, körperlich und auch innerlich eine Stärke erreicht, dass er das schon mal akzeptiert. Kommentare? Ich mache weiter, okay? Jetzt gehen wir ins andere Extrem. Laura-Sophie von Kerstorf möchte wissen, kann man, versäumt es, auch ein 16-jähriges Pferd noch leeren? Ab wann ist das zu spät? Egal in welchem Alter, kannst du deinem Pferd noch was erklären und zeigen. Pferde hören, nicht aufzulernen. Wie Menschen auch, plastisches Gehirn wird sich immer umformen, das, was jetzt in dem Moment gefragt ist, das wird als Gehirnautobahn entstehen. Die eingefahrenen Wege sind natürlich da, das dauert es ein bisschen länger bei so einem Pferd, plus das soziale Lernen unter, also in Pferdeherden ist ja auch hierarchieabhängig, freundschaftenabhängig, also beziehungsabhängig und wenn man dann sagt, okay, das Tier hat gar keine Beziehung zum Menschen, dann hat er ja auch erst mal kein Interesse am Menschen da zu lernen. Wenn er aber ein Interesse dran hat oder das lernt zu haben, dann geht das auch mit einem älteren Pferd ganz schnell. Also es ist tatsächlich, es ist eine Frage, wie man es herleitet und wie man dem Pferd die Motivation geben kann, dass es weiter lernt, aber lernen tun sie immer ihr Leben lang. Es wäre ein bisschen blöd, wenn sie ans Krokodilloch gehen mit 16 und das 3-4 Mal machen. Also dann sind sie halt nicht mehr 17. Also die müssen jeden Tag lernen, die müssen auch jeden Tag wissen, welche Pflanze sie heute gegessen haben und dann vielleicht nicht mehr essen, weil da gibt es Bauchschmerzen von oder sowas. Also es ist Blödsinn zu sagen, man lernt nicht mehr im Alter. Es ist halt nur so. 16 ist ja gar nicht so alt. In unserem Sinne ist 16 nicht alt, 16 ist die Halbzeit. Vorausgesetzt, das Pferd ist nicht körperlich überfordert worden und kann bestimmte Dinge nicht mehr. Ja, du hast ja gerade von dem Pferd gesprochen vor ein paar Wochen bei dem Reitkurs. Da ist es eigentlich drei Minuten vor zwölf. Vielleicht kriegt man das Ruder noch umgerissen, aber da muss man sofort alles ändern, damit das Pferd dann noch ein hohes Alter erreichen kann. Aber auch bei dem Pferd haben wir gesehen, das hat das Willens angenommen und sehr schnell verstanden, worum es geht. Das kriegt ihr bei jedem Pferd noch hin. Ihr müsst nur gucken, dass ihr es körperlich nicht überfordert, denn Dinge, die es nicht mehr kann, weil es eine starke Arthrose hat, weil es bestimmte Steifigkeiten im Körper hat, dann geht das nicht mehr. Aber dafür gehen ganz viele andere Dinge noch. Jetzt kommt die Anna M. stark. Wann merkt ihr, dass es Zeit ist, noch einmal zur Basis zurückzukehren? Für mich ist dieses zur Basis zurückkehren das Kennenlernen des Pferdes. Ich setze mich da nicht drauf, sondern ich nehme den erst mal an die Hand, ich gehe in die Box, ich nehme Kontakt auf, ich schaue wieder auf mich, ob der bereit ist, eine Beziehung einzugehen, ob der sich für mich interessiert. Und wenn das schon nicht steht, dann üben wir Interesse aneinander. Also ich, wenn ich ein Pferd kennenlerne, frage ich Schrittchen für Schrittchen ab, wie ist es denn beim Führen, wie ist es denn beim Satteln, wie ist es denn beim Aufsteigen, wie ist es denn beim und Sagen, also lässt du dich von mir im Tempo, kannst du stillstehen, ich frage das alles ab, ich würde mich nie auf ein Pferd setzen, dass ich stillstehen kann. Never. Never. Also ich probiere jeden Tag, die Basis neu herzustellen. Tatsächlich bin ich, ich steige, also klar mache ich das auch bei dem Führen und Stillstehen und so weiter, aber ich frage tatsächlich jeden Tag, innerhalb von den Übungen, wo das fährt, also ich reite los und merke schon, ach, heute fehlt mir das, ich gehe zurück zur Basis. Aha, verstehst du den Zügel heute nicht mehr, dann machen wir heute Zügel. Oder verstehst du dein Gleichgewicht heute nicht, hängst du auf der einen Schulter, kannst du den Seitengang auch ehrlich, also das ist doch alles Basisarbeit und der ganze Rest drumherum wird einem dann geschenkt, wenn man die Basis richtig hat und ich habe tatsächlich jeden Tag, ich habe ein paar so Kandidaten, sehr, sehr schwierige Pferde geritten, die jeden Tag neu drauf waren. Also auch mein Pumi ist so einer, der jeden Tag irgendwie eine andere Laune hat und da muss man einfach ganz schnell wieder sagen, wo ist unser gemeinsamer Nenner, wo finden wir wieder miteinander zueinander und daraus kann ich Sachen entwickeln, aber das muss ich wirklich jeden Tag neu abfragen. Natürlich kann ich auf einer gewissen Beziehungsbasis dann auch arbeiten, also mit Motti musste ich nicht mehr jeden Tag unsere Beziehung neu ausdiskutieren, aber ich musste schon jeden Tag fragen, sind wir heute in der Lage, das Hinterbein auch mitzunehmen oder haben wir es vergessen? Also immer wieder Basis, jeden, jeden, jeden Tag und es geht gar nicht um große Lektionen oder sowas, sondern die Basis, wenn die Basis stimmt, dann kann ich sagen, ach, guck mal, heute können wir Traben an der Stelle, können wir eine schöne Piaf machen. Wenn der Trab schon nicht stimmt, dann brauche ich nicht anfangen oder das Vor nicht stimmt oder das Gleichgewicht nicht stimmt, dann brauche ich mit der Lektion nicht anfangen. Wichtig. Ich würde gern Folgendes ergänzen, ich bin ja nun mal nicht der Pferdeausbilder, ich sitze nicht obendrauf, meistens stehe ich irgendwo und versuche mit den Leuten die Basis durchzugehen und mir fällt leider viel zu oft auf, dass die Leute nicht wissen, was die Basis ist und wofür sie ist, wofür sie gut ist. Das heißt, die haben zwar ein Verständnis davon, wir haben es gerade schon mal gesagt, irgendwie aufs Pferd zu kommen und dann Dinge zu machen und sie haben eine Idee von, ah, ich muss irgendwie den Kopf runterbekommen und ich muss irgendwie leicht traben und ich muss dies machen oder jenes machen, das spulen sie auch ganz toll ab, meistens eine Dreiviertelstunde oder sogar noch länger, aber das Pferd kann nicht gestellt werden, wir haben gerade das Stehenbleiben gehabt, das Pferd kann nicht angehalten werden, wir reden nicht mal über Schulterherein oder andere Dinge, sondern dass da wirklich ein falsches Verständnis von Basis ist, also dass die Leute sich wähnen, viel weiter zu sein, als sie wirklich sind und auch das Pferd anders beurteilen, also die beurteilen das Pferd eigentlich in einer anderen Sphäre und die Basis beurteilen sie gar nicht, das was du gerade gesagt hast, dass sie danach fragen, hört es heute auf den Schenkel oder sonst irgendwie was, sie kommunizieren auch weniger auf dem Pferd mit einem Lebewesen, sondern sie kommunizieren am Boden mit einem Lebewesen, sie putzen es, sie streicheln es, sie reden, sie quasseln es meistens sogar ziemlich voll, dann wird aufgestiegen und dann besteigen sie eine Maschine. Das heißt, sie bedienen Knöpfe, sie haben sehr technisches Verständnis davon, können sehr gut erklären, was denn wie gemacht werden soll und warum man das machen muss, aber sie kommunizieren nicht mehr mit einem Lebewesen. Das heißt, sie fragen nicht mehr, sie stellen keine Fragen und warten auf eine Antwort oder auf eine Reaktion, sondern sie machen etwas, drücken einen Knopf und beschweren sich maximal darüber, dass irgendwas gerade nicht befolgt wird. Das ist ein mega guter Punkt mit der Technik. Tatsächlich sind viele technisch weiter als Basis, aber im Praktischen dann halt nicht, also weil sie die Kommunikation vergessen, weil sie die Beziehung vergessen, sondern weil sie in technischen Begriffen denken und sagen, ich muss doch meine linke Hand hoch und mein rechtes Bein dagegen und den äußeren Zügel so und statt zu sagen, was will ich denn eigentlich haben? Also wenn ich die Leute frage, kriege ich auch immer gleich so eine technische Beschreibung, wenn ich sage, was willst du denn jetzt? Ja, ich weiß ja, ich muss meine innere Hand hochnehmen und Dings und Dings. Da geht es ja gar nicht drum. Es geht darum, was will ich jetzt eigentlich vom Pferd haben? Und das ist total lustig, dass genau in dieser Basisarbeit meistens schon so ein kleiner Dackel drin steckt, dass man, wenn man den Leuten dann den Zügel mal wegnimmt und nur einen Halsring dran macht, dass alle schon dastehen und sagen, ach du Kacke, wie reite ich denn jetzt eine Volte? Wie geht denn eine Volte überhaupt? Was will ich denn eigentlich vom Pferd? Das ist total schön. Also es macht viel Spaß. Sehr schön. Ich mache mal weiter mit Martina Beinlich. Kommt es mir nur so vor oder muss man bei Pferden-Ponys, die eine korrekte und strukturierte Grundausbildung genossen haben, Moment, keine. Nee, die keine. Kommt es mir nur so vor? Oder muss man bei Pferden-Ponys, die keine korrekte und strukturierte Grundausbildung genossen haben, häufiger zur Basis zurückkehren, um neue Aufgaben und Lektionen erarbeiten zu können? Muss man wieder zur Basis? Muss ich wieder abbiegen, wenn ich Passage erklären will? In der Frage ist Widerspruch. Du sagst, sie keine vernünftige Grundausbildung genossen haben und dann sollen sie häufiger zur Basis zurückkehren. Wenn die Grundausbildung nicht da ist, ist die Basis nicht da. Du musst dem Pferd die Basis erklären. Ich glaube, sie meint nicht zeitig. Also kommt zehnjährig zu dir, du holst die Grundausbildung nach, jetzt möchtest du nach der Grundausbildung, spanische Schritte erarbeiten und dann ist wieder alles dahin. Dann musst du wieder Nachgiebigkeit am Zügel und stop and go und musst du wieder alles neu zurückholen. Nein, ich sage es nochmal genau, wie ich es auch meine. Bei diesem Pferd, das keine korrekte Grundausbildung bekommen hat, stellst du einfach eine neue Basis her. Dann musst du das nicht machen. Es hat keine Basis. Du kannst nicht zur Basis zurückkehren, wenn du keine Basis hast. Wenn du keinen Heimathafen hast, kannst du nicht nach Hause fahren. Ganz einfach. Ja, also du kriegst dieses Pferd, du merkst, da stimmt was nicht. Bring ihm eine Basis bei, das ABC der Reiterei. Das geht mit Führen und Stille stehen los, was wir vorhin auch schon gesagt haben. Und dann wirst du merken, die Lücken, die beim Pferd entstanden sind, in der Ausbildung, kannst du jetzt füllen, weil du jetzt eine Basis hast, wo du sagen kannst, hör mal kurz zu, bleib mal stille stehen. Da funktioniert was nicht. Wir machen das jetzt mal im Stand statt in der Bewegung und dann kann das Pferd das verstehen. Ich glaube, man muss die Basis auch nicht als Kindergarten verstehen, sondern als Teil der normalen Kommunikation mit dem Pferd. Es fehlen ganze Worte. Also in meinem Wortschatz fehlen und, aber und oder. Ihr könnt mit mir reden, wir können Argumente austauschen, aber immer fehlt dieses Bindewort. So, jetzt kommt, komme ich irgendwo hin und da sagt mir jemand, du pass mal auf und nimmst immer, wenn du was verbinden willst und erklärt mir diese drei Worte und dann sind die doch da und dann rede ich damit jeden Tag und wenn ich sie wieder vergesse, sagt mir ein, hey, denk mal dran, wenn du die beiden Sätze hast, dann sag mal nicht aber, sondern sag mal und. Aber es wird doch zum Teil des ganz normalen täglichen Tuns. Ich kann mir aber vorstellen, dass es auch noch ein, also wenn ein Pferd dadurch schon Fehler gelernt hat, also Konsequenzen dadurch, entweder körperlich oder geistig, dann ein Trauma davon hat, dass es als Kind nicht gelernt hat, um eine Ecke vernünftig zu laufen mit dem Reitergewicht obendrauf, dann hat man es noch ein paar Mal bestraft, wo es sich Mühe gegeben hat, dann in dem Moment ist es erstmal durch damit und ich glaube, das dann wieder zu holen und dieses Trauma aufzuarbeiten, also diese Gehirnautobahn da wieder ein bisschen zum Feldweg werden zu lassen, das braucht tatsächlich mehr Basisarbeit und immer wieder Basisarbeit. Also ich kann mir vorstellen, wenn was kaputt ist, dann muss man halt tatsächlich sagen, okay, jetzt müssen wir nochmal und nochmal und nochmal daran arbeiten, dass das wirklich in allen Situationen auch wieder gut wird. also wenn das Pferd Angst vor Galoppwechseln gelernt hat, dann werden diese Galoppwechsel immer wieder Basisarbeit brauchen, immer wieder, oh, du musst nachgeheblich am Zügel sein, ich bringe dich ins Gleichgewicht, ich darf dir helfen, komm, wir machen nochmal einen normalen Galopp, komm, wir können den Galopp variieren und vielleicht machen wir aus der Seine mal einen Galoppwechsel daraus. Also ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen mit da reinspielt. Dass das ein Mangel in der Grundausbildung ist oder ein Mangel an der Begabung des Pferdes. Wir haben ja einfach auch so Körperklausies oder welche, die es einfach nicht in die Wiege gekriegt haben. Da muss ich doch öfter mal wieder ganz zurück und sagen, nee, das machen wir mal nicht mit dem Unterhals, sondern mit dem dafür schönen Rumpfheber. Habe ich da so ein Kanterauer wenn dem die Grundausbildung fehlt? Nee. 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 Nee? Nee, der ist ein Kanterauer, weil er eine gute Grundausbildung gekriegt hat. Hätte er die nicht gekriegt, würde er mit seinen körperlichen Talenten sich gegen den Reiter wenden. Ja. Ein außergewöhnliches Pferd, wenn das verkannt wird, wenn das falsch geritten wird, das ist in der Lage, sich außergewöhnlich zu bewegen, dann wird es diese außergewöhnlichen Bewegungen gegen den Reiter wenden. Genau der ist so, weil da war jemand dran, der wusste, was er tat. Und er hat vor nichts Angst, nicht vor dem Bein, nicht vor der Hand, vor gar nichts. Das ist gut ausgebildet, das Pferd. Und das ist der Riesenunterschied. Was Diana gerade gesagt hat, finde ich ganz wichtig und das begegnet mir sehr häufig, wenn das Pferd jetzt körperlich nicht in der Lage ist, etwas auszuführen. Weil wir haben gerade über Technik gesprochen und wir reden sehr viel ja auch über Schulterhaareien, Seitengänge und so weiter und so fort. Jetzt spulen die Leute da etwas, eine Idee davon ab und glauben, jetzt haben sie den Weg gefunden und können so abhaken. Basis habe ich, Pferd kann Stellung, ich kann nach links, ich kann nach rechts und jetzt übe ich Schulterhaareien, Travers und dann gehe ich ans angaloppieren. Was vielen halt eben nicht auffällt, ist, das Pferd ist eigentlich physiologisch gerade gar nicht in der Lage, das Reitergewicht zu tragen. Es ist in den Schultern fest, es fällt auf die Vorhand, es braucht den Unterhals. Das macht es nicht, weil es bösartig den Kopf hochhebt, sondern es hat einen Grund, dass das passiert. Ja, da sind auch Automatismen drin, weil es vielleicht leichter ist und weil ich es schon immer so gemacht habe und weil man es mir so beigebracht hat oder irgendwie halt nicht gut einen anderen Weg gefunden hat, aber es ist physiologisch eigentlich nicht dazu in der Lage, bestimmte Basisdinge richtig durchzuführen. Und wenn ich jetzt nun als jemand herkomme, der noch eine andere Sprache spricht als das Pferd und wir beide lernen jetzt zusammen auch noch eine neue Fremdsprache, weil das Blöde ist, wir haben ganz am Anfang über die alten Meister gesprochen, die waren alte Meister. Das heißt, die konnten dieses Handwerkszeug selber benutzen und ihr auch, aber jetzt kommt Lieschen Müller daher mit ihrem 16, 17, 18-jährigen Wallach oder Stütchen oder was auch immer und die wollen nun diese Basisarbeit, die ihr ja so toll erklärt, nun nachfühlen und machen und machen sie jetzt selber auf den Weg und haben gar keine Vorstellung davon, wie es gerade aussehen soll und dann rufen sie etwas ab und wissen gar nicht, ist das jetzt richtig oder ist das gar nicht richtig? Wie fühlt sich denn das eigentlich an, wenn ich auf einem Pferd unterwegs bin, was die Rumpfheber hebt? Ja. Was ist das eigentlich? Und kann mein Pferd das überhaupt? Und dann rennen sie in so einen Trab hinein und das Pferd ist fest in den Schultern und macht sich irgendwie fest, läuft über die äußere Schulter hinweg, nimmt aber den Kopf rein und das ist dann Schulter herein und da ist ganz schwierig, das zu unterscheiden und ich glaube, da ist ganz, ganz wichtig, dass da jemand von außen drauf guckt und sagt, hm, Halt, Moment, wir müssen an diese berühmte Basis zurück, die jetzt gerade die Krischke-Star genannt haben, wir üben erst mal Stellen, wir üben erst mal im Schritt das Schulter herein, bevor du jetzt im Trab versuchst, etwas zu erzeugen, weil es geht nicht und dann kommt was ganz Schlimmes, wir reiten seit 30 Jahren oder seit 20 Jahren und es macht tierisch Spaß und jetzt auf einmal sagt mir jemand, Handbremse rein, du übst jetzt Stellen und wenn dein Pferd sich gestellt hat, hüpfst du runter und freust dich wie irre und bringst es ins Stall und ich stehe dann an diesem Sportstall und dann im Casino oben trinken die gerade ihr drittes Bier und lachen sich über mich kaputt. Dazu gehört richtig viel Mut und Selbstvertrauen, was nicht kaputt geht, um dann zu sagen, ich trau mich das, ich mach das und geh diesen Weg und ihr werdet dann sehen, was daraus passiert. Ja, zeig mir einen Musiker, einen Tänzer, einen Profisportler, der sich keinen Unterricht mehr holt, der sich nicht immer wieder zurück zu kleinsten Kleinigkeiten begibt und sagt, oh, ich lerne das nochmal neu, ich muss das nochmal aufarbeiten, weil da hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen und ganz, ganz wichtiger Punkt, den haben wir noch gar nicht so richtig angesprochen, ist das Pferd überhaupt in der Lage, mich zu tragen? Das ist Basisarbeit. Das ist eigentlich der Sinn von Basisarbeit. Also bin ich in der Lage, mich da oben so neutral zu verhalten, dass das Pferd mich ertragen kann, dass das überhaupt in der Lage ist und ich glaube, das ist eigentlich der Punkt. Das ist die Basis. Kann das Pferd mich tragen, körperlich und geistig. Ich schiebe einen kleinen Werbeblock rein. Wir haben ja nicht umsonst Intensivkurs Basis im Sattel genannt, weil wir tatsächlich mit den Leuten zurückgehen an diese Basis und fangen wirklich bei diesen Kleinigkeiten an, sehr penibel, lassen allen Leuten sehr, sehr viel Zeit und haben wirklich nachweislich ganz tolle Ergebnisse da drin. Egal, ob es um Handarbeit ging, egal, ob es um Trageerschöpfung ging, egal, ob es darum ging, jetzt im Sattel weiterzumachen. Viele Leute haben sehr, sehr große Fortschritte gemacht, einfach weil sie Schritt für Schritt diese Basis, die ihr erklärt und so toll erklärt, wirklich nochmal zusammen mit ihrem Pferd erlernen und darauf aus diesem Werkzeugkasten dann sich bedienen können. Und auch bei den Profis. Also ich habe tatsächlich ja auch viele Reitschüler, die auch selber Reitlehrer sind und so, die dann auch davon, die sich trauen, die sich auch da wieder hintrauen und sagen, ich mache jetzt mal Basis. Ich will jetzt nochmal wirklich wissen, kann ich das auch ohne Züge oder kann ich das auch ohne dies und das. Das ist wahnsinnig toll, also ganz, ganz großartige Erfolge, die ich da schon gesehen habe, auch in der Praxis tatsächlich. Eine Frage Komplex möchte ich noch mit reinnehmen, obwohl den machen wir nächstes Mal. Ich mache mal dieses hier, das ziehe ich mal eins vor. Ich habe mir das gerade nochmal durchgelesen. Ja, da muss man länger drüber reden. Da brauchen wir bestimmt zehn Minuten für und ich habe noch eine letzte Frage und da möchte ich Bianca Katzenfaust erlauben, ihre Frage zu stellen. Wie viele Pferde sind bei euch, als sie sich dem ursprünglichen Ausbildungsweg verweigert haben? Die meisten. Ich würde sagen die Hälfte und die andere Hälfte sind Jungpferde, die unbeleckt zu uns gekommen sind. Aber so im Großen und Ganzen, wenn wir es über den Schnitt sehen, jetzt haben wir gerade ein paar Jungpferde gekauft, weil wir Corona hatten und unseren Laden auf den Kopf stellen mussten, aber im Großen und Ganzen, die meisten haben Vergangenheit. Und selbst bei den Jungpferden, das sind ja auch häufig Pferde, die dann abgegeben werden, weil sie irgendwem über dem Kopf wachsen, weil sie dann ja ein bisschen sehr lustig sind. Oh, guck mal, wollt ihr den nicht für die Schulen über der Erde haben? So ein Hengsti, der dann super Hengstig wird oder sowas, der wächst ja auch irgendwem über dem Kopf. Also, wenn der super, super, super lieb als Hengst gewesen wäre, dann hätten sie ihn wahrscheinlich als Jungpferd behalten. Ja, ich möchte mich da noch anschließen. Ich bin ja jetzt nicht derjenige, der die Pferde hat, sondern nur der sie behandelt. Aber 80% der Pferde, die ich behandeln darf, die haben vor dem ursprünglichen Ausbildungsweg kapituliert, und zwar mit dem gesamten Körper. Meistens tatsächlich, wenn ich gerufen werde, dann wird mir erzählt, da war schon der dran, da war schon der dran, da war schon die dran und das und das und das und wir haben schon diese Reitweise ausprobiert und diese Reitweise ausprobiert und kannst du mir mal helfen, mein Pferd stellt sich nicht nach links, mein Pferd setzt mich nach außen, dann komme ich da hin und nee, da ist mehr, da ist mehr im Argen. Und die haben tatsächlich kapituliert oder werden so wehrig, dass sie also steigen, buckeln und was weiß ich nicht alles, sämtliche Auswege suchen vor dem ursprünglichen Ausbildungsweg. und haben körperliche Schäden davon getragen, die man erst später mitkriegt. Also ich glaube, da sind so viele Sachen, die wir vielleicht nicht in der Ankaufsuntersuchung untersuchen, sondern wenn man dann merkt, boah, der ist immer schief auf der Seite und kommt da gar nicht in den Quark und dann lässt du doch mal ein Rücken röntgen oder ECVM oder weiß der Geier was, aber stolpert eben zu viel. Also man kommt ja auch erst nach und nach dahinter, was da eigentlich drin steckt und warum das so sein könnte. Also wenn er auf allen vier Füßen gleich lahm ist, dann ist er vielleicht ganz nett und läuft gleichmäßig, aber man muss dann halt gucken, okay, irgendwann stimmt auch da dann die Basis nicht mehr und man muss sagen, dann gehe ich wieder ganz zurück, dann machen wir wieder Füße ordentlich, dann gucken wir, also man fängt wieder von null an und das tut man mit jedem Pferd, wenn man das neu hat, immer. Und das dauert auch immer eine ganze Zeit lang, also dieses Zurück zur Basis gesundheitlich dauert eine ganze, ganze Zeit. Und darum geht es eigentlich in der nächsten Frage, die stellen wir nicht mehr. Ne, die stellen wir nicht mehr. Die ist von Anja Milena, die fragt nämlich, warum es bei ihr nicht schneller geht und das ist eine ziemlich komplexe Frage, die werden wir jetzt heute Abend nicht mehr machen, wir haben es jetzt neun Uhr, Stunde ist um, die berühmten zwanzig Minuten haben wir gerade geschafft heute und damit beschäftigen wir uns das nächste Mal, da geht es nämlich genau darum, was, wie viel Zeit, wie berechnen wir Zeit? Wann ist die Basis zu Ende? Wann kann ich endlich fortgeschritten reiten? Ja. Schön. Ich habe da einen schönen Hänger gemacht. Ja, ich habe einen schönen Hänger. Lieber Chris, könntest du in die Kommentare vielleicht für unsere Leute nochmal meinen kleinen, wir haben es benannt, wie wollen wir es denn nennen? Meine Orientierungshilfe in unseren Intensivkursen reinstellen. Entscheidungshilfe, ne? Entscheidungshilfe? Ja. Ja, nein, Kaskade oder du hattest auch noch irgendwie ja, genau, aber bei dir ist es ganz unscharf. Jetzt, aber es wird immer scharfer, man kann es nicht lesen. Gut, stellen wir in die Kommentare rein, schaut euch das mal an, dann habt ihr eine Idee, wo ihr gerade steht und was wir mit Basiselementen meinen. Und wir sehen uns nächsten Dienstag wieder in Trauter Runde und dann machen wir den zweiten Teil zu unserem richtig tollen Thema. Das macht mir ganz viel Spaß. Ganz lieben Dank dir, liebe Diana, dass du Zeit für uns hattest. Danke dir, Herr Chris. Danke. Frau Wolfgang, dass du mir zur Seite gestanden hast und euch allen einen wunderschönen Abend. Auf Wiedersehen. Bis bald.